Safe. Wir machen Safe noch einen Song. Safe. Versprochen. Safe. Ich meine, wir sind ja cool miteinander. Wir sind ja so cool miteinander. Du weißt doch. Ich und du sind eigentlich die allerbesten Freunde. Ich mag diesen Jungen so sehr. Schuh, Cousin! Wallah, gar nichts, Bruder. Soll ich dir sagen. Alles auf Langeweile. Alles ist tot, Bruder. Alles ist zu. Keine Käppi gefällt mir nicht, dass ich dir abrippe. Bruder... Er darf nicht mehr Philipp Stein tragen. Wie du. Ich hab diesen Verbot auch schon gemacht. Bruder, ich geb dir das mit Herz. Bruder, die hat... Da braucht niemand den anderen Rippen. Ich geb dir das mit Herz. Sag mal, wenn wir uns eben schau mal. Bruder, die hat komplett Abturner auf den Philipp Lein. Ja, ja, Bruder. Erzähl mal, Bruder. Bist du in Rüsselsheim gerade? Ich fahr grad dahin, Bruder. Ich fahr jetzt noch raus. So, Bruder, ich hab Philipp Lein anzugang. Okay, Bruder, dann pass auf mich auf. Es kamen nur Schüsse. Bruder, ich wünsch euch was. Ich freu mich auf den Song. Passt auf euch auf. Bis dann, ciao, Bruder. Freunde, nicht vergessen. Im 23.59 kommt der Song von Loredana und Asuna. Check's up. Hier im Glaser. Ohlbilda and yiert. Ach moyens trotzdem macht Jesus aber Natale. Hallen. Nunsstand. du bist so krank sympathisch ich küsse dein herz viele wissen das nicht viele schießen egal auf jeden fall demnächst werden auf jeden fall selbst ein bisschen was meine auf jeden fall werde ich versuche ein paar interviews zu geben erzählen digga leute wissen nicht erzählen einfach über mein leben so damit das glas mein deutsch ist perfekt oder so ich habe kein abi gemacht mein deutsch ist nicht perfekt wir reden das rechte ich habe kein abi gemacht kommen menschen an dein wortschatz mit der grammatik was kann man 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 freundes werden songs auf euch zukommen damit ist klar ist mein album kam vor ein jahr ich war 18 ich bin immer noch ich werde immer besser und besser ich lerne immer mehr dazu wissen was ich meine ich will nicht schießen oder so digga aber ich könnte euch auch selber denken oder man kann es ja sehen einmal bremsen sagen jetzt ist gar nicht passiert auf jeden fall verspreche ich euch ich werde besser und besser ich werde die hater und druck machen versprochen ich lasse musik reden werden selber merken so 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 ja songs aber die du musst jetzt erst mal ein bisschen drücken dann weißt du merckte das bestmacht ein wunderschön durch die city kein limit mein froh ist schnell keiner lang sowie füllen Meine Gegend ist wie Bogota, Ghetto, zehn Pakete in Motorola, die wollen wir immer noch ein Schuss, Bruder, und sie ist tödlicher als Corona. Ich bin mit Lachis wie 14 Marmita, habe noch nana Teda. Glaub mir, hohe anliebt, ich sitze in keinem Verräter. Dey, dey, tut auch die Dätsch, das ist schon die Partik später. Ich ruf dich an, bitte geh ran und sag Hallo, 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 bin nur deine Stimme. Ich fahr wie ein kranker 3 und dann steht auf dem Tacho, 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 du kennst mich, ich bin gestern. Ich fahr schon wieder ganz allein durch meine Gegend, du fehlst mir all zwei Fahrerinnen. Und wieso krieg ich dich nicht raus aus meinem Schild, oh Baby, ohne dich macht alles keinen Sinn. Komm, sag mir bitte noch einmal, dass ich dir fehle, zu schließen, ne, ne. Oh, was ist das, was ist das, was ist das? Mein lieber Baby, es ist Steak auf dem Dach von Marina Bay, Selfmade, ich mach miese Patte, träg ne viele Pattex, so wie DJ Khaled, aber mittlerweile macht mir jeder oft Superstar, weil sie auf Insta einfach Aufrufe haben. Sie erwähnen meinen Namen in den Scheiß-Kommentaren. Digga, sag's noch einmal, Wallah, jetzt bin ich da. Kauf eine Villa in weiß, aber nicht für mich allein. Ich hol meine Eltern hier raus aus dem Ghetto und zieh mit ihnen da ein. Nie mehr Digga, wo ich eins. Ich hab viel gesehen, hier in meinem Land. Steine auf dem Weg. Es braucht mich, Bruder. Corona hat mich gekriegt, wir haben Schaden bekommen. Ich hab mich, Bruder, ich hab mich, Bruder, ich hab mich, Bruder, ich hab mich. Das war es nicht. Ich hab mich, Bruder, ich hab mich auf euch, Bruder, ich hab mich. Deinen liebsten, ich will das nicht. Hier sind wütig, er sich umherum, ich hab mich. Ich bin da ... Ich bin da Corona-Bestil fit Was machen da? Şey, ne was sag ich denn Gott? Öleceğiz dir gülme ich, man Ich versuch' mal, meine Schwälde aber was Soviel lasst auf den Schulpark, da-da-da-da-da-da-tunter. Alles oder nix, ja, du, ja, mero, bruder. 100 km, ha, hurrakan, über kuda. Baba dachte, werde Fußballer, so wie zum Buzzer. Ich war gut, aber meine Mut war, Tupac und Hand funktioniert. Neue Rekorde im Wochentakt, ohne es zu wollen, oft ganz locker. Ja, Freunde, 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 meine Freunde. Okay, now we make again an English session. Sanki mein Englisch wird immer besser und besser sei ehrlich. Nöne Englisch? Nöne Englisch? Sanki Gernisch? Sanki Gernisch? Okay, come on. Miami is a city in the United States, state of Florida, 309.357 inhabitants. The borrower has an area of 143 and 1 km. Ich schwör auf Gott und Gott, das ist einfach meine Präsentation gewesen, als ich in der 7. war oder so. Ich kann's einfach immer noch, nur diesen Anfang. Rest Teller. Rest Teller. Kannst du noch diese andere Mitte mit? Irgendwas? Oh, Scandinavia. What's up, Scandinavia? Mero hier. Oh Allah, ich hab vergessen. Aber wir haben schon auswendig gelernt, 20x, 30x gelesen. Das war locker 15. Haha. Ganz alt rum. Tu Idiot. Sohnemann. Papa hat sich ausgekauft, Sohnemann. Tu Idiot. Hahaha. Allah will Allah, das lügt nicht meine Schurz. Ich wohne in Dikker Risch. Wallah, das ist nicht meine Schurz. Hier wurde uitaht. you never did? Come to theuko team. Where is doch, orange? Olly Economics. Where are you sort of? Hall County. Hall rack die hier bei der Schurz.» Frau, sie Dreams ob價ина memories macht. Eing Ang Grey? Es geht die doch nicht aus. Eing Anges ist die generator der Schurz, einmal im Diefen nicht. Was ist der Mann, das ist der Mann. Was ist das? Was ist der Mann? Das war der Boga-Tan. Ich hab auch schon geblütet! Ich hab auch schon geblütetido, aber wir haben eine Faszinierungen. aber du verstehst was weiß was ich meine der ein oder andere macht den ich verstehe nix ich verstehe nix bruder blöde das okay nur anfangs gereicht es hat gereicht ich war noch nie sagt die glöse mit dem vater und es geht nicht mein tatschow schuf zwar nicht geplant valor sagt mama rohan aha er warum geht es Wollt das Kind. Dann zieh ab, muss ich dir sagen. Dann zieh ab. Jo, warum geht's nicht, Digga? Wollt das nicht, Digga, Wollt das nicht, Digga, Wollt das nicht, Digga. Guck mal, warum geht es nicht? Eigentlich bin ich gerade müde geworden Oh Gott Diese Vam hat mich auseinandergenommen Digga Digga Richtig Was ist das? Oh mein Gott Ist es Bueno? Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das? Das hat Emran vergessen Das ist keine Maske Kennt ihr bei GTA diese mit Oh Mann Bueno Ey, ich schwör ich mach schon wer Freunde Vertraut mir Nicht mehr nur Mal Bueno, jetzt Champions Sieg Es ist einfach kein Spaß mehr Aber Achtung Suchtgefahr Ehrlich jetzt Suchtgefahr Abwech 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 Ich steh'n Sag'n Allah Wenn Mucho hier wird, der wird ganz kackig aufessen Und zusammen wird er essen Ich soll dir den Mucho einen Tag mitgeben Wer? Ne Warum einen Tag? Kann auch gut essen oder was? Ich mach'n Ich mach'n Ich mach'n Ich mach'n Ja, der ist nicht normal Der ist wirklich nicht mehr normal Nicht diese Huber vor Kamera Der ist wirklich nicht normal Der ist einfach Wenn du zu viel gegessen hast Zu zu viel Der geht kurz kotzen Zack wieder waschen Weiter essen Aber nur wenn's Nur wenn man wettet Speak English please Bruder Wallah Wir haben Wir haben den Ding gegessen Digga Die Leute aus der Türkei sagen Reden mal Türkisch Jetzt reden mal Englisch Ja Bruder Wir reden hier mit schwitzen Ding Ist Emrahanda Hahaha Der ist ein Schirr Sonst würden wir noch mehr Hubern Der ist Zuhause Oder hört's dir mit dem Handeln Zuhause Hahaha Kleiner Wo? Ist sie mir gerade mit? Hahaha Ich zeige dir 500 Leute offline Offline Schöne Grüße Schöne Grüße an dich mein Bruder Schöne Grüße an dich mein Bruder Du weißt schon wer du bist Wallah eigentlich ausstreng abziehen Wallah Weil Ich war warum kann ich nicht draufdrücken Wallah Was ist das? Guck mal Hä? Gönnt einfach nicht Das geht nicht Schöne Grüße an dich mein Bruder Bist du das? Ja? Pist du dumm Ja, wir kommen schon wieder, klar. Istanbule Behefendi, bitte kommen Sie bitte. Ja, Ali-Bey. Nachdem, jetzt fahren wir mit dem Auto? Ja, genau. Jetzt sind wir heute 32. Ich bin in Deutschland, ich bin in 2020. Ich bin in Deutschland. Wenn du nicht ein Kosovo-Schiebler bist. Wie giftig. Aber du wirst langsam Diggerbücher. Das gefällt mir. Du wirst langsam Diggerbücher. Weil wenn ihr fragt, woher er kommt. Ich wollte es nicht wissen. Aber da. Ich würde ihm sagen. Egal. Aber er wird langsam Diggerbücher. Ich denke, du kannst es langsam Diggerbücher. Ich denke, du kannst es nicht mehr wissen. Ich denke, du kannst es nicht mehr, dass du dann. Was ist jetzt auch nochmal an? Was. Greetings from Sweden. Ruf mich an, wenn ich weiß, was Greetings heißt. Wallah. Was ist Greetings? Schöne Grüße, oder? Schöne, schöne große Idee. Greetings zurück, Achi. Was heißt Greetings? Ja, grüße dich da. Ich weiß doch, Mann. Greetings back. Greetings back. Was heißt Abschiebdarisch? Abschiebdarisch? Kuiin ist es? Beslame. Seyyeton, Natun Emir. Natun Emir, korrekt? Ja. Natun Emir. Föning deri für diesen Spott? Föning deri. Müttei, aber nur Föning deri. Föning deri. Föning deri. Eeee, arkadaşlar. Wir haben gelacht, wir hatten gerade ein bisschen ADHS, weißt du was ich meine? Corona hat uns auseinandergenommen, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause, Freunde, bleibt zuhause, ich hoffe ihr seid gesund, ich hoffe eure Familie ist auch gesund, passt auf euch, ich liebe euch alle, an alle Hater, Dankeschön, Digga, und an alle Supporter, Dankeschön, ich liebe euch alle, wie gesagt, passt auf den Dingen passieren.